Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LS19 hier aus TGAM Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns ist das Chaos. Hallo. Wir haben eben gerade eine kurze Pause gemacht. Ich habe einen Dupro gegessen. War lecker. Und dann haben wir nochmal probiert, warum das denn hier mit dem GPS nicht so richtig funktioniert. Ja. Und ja, da sind wir dann, ich habe mich reingesetzt, nichts ging und ich habe es dann nochmal neu konfiguriert. Also ausgebaut und wieder eingebaut und dann ging es. Ganz merkwürdig. Aber da müssen wir kein Geld für bezahlen, weil man hat es ja einmal schon gekauft. Genau. Also irgendwas hat er da nicht richtig synchronisiert. Und man muss halt auch sagen, die Mod ist halt noch im Development-Status. Ja, die ist noch Alpha. Ah, ich würde sagen sogar vor Alpha. Pi Alpha, ja. Ja. Ich meine, wenn man sie aus dem GitHub ziehen muss und manuell kompilieren muss. Ja gut, also ich habe ja jetzt, also ich werde ja heute, also heute ist ja bei uns der 16. glaube ich, ne? Ja. Der 16. Ich muss auf die Uhr nachgucken. Werde ich heute noch, Voxelteigruhen werde ich heute noch anfangen. Ja, sehr schön. Ja. Das habe ich mir jetzt gekauft gestern Nacht noch. Oder nee, heute Morgen habe ich es gekauft. Das gibt es noch nicht auf Steam, oder? Bei Itchy kannst du es kaufen. Bei Itchy.io. Ich finde es lustig, es gibt so viel Müll auf Steam, aber dann solche Spiele halt. Nee, die wollen halt im Early Access, die sind noch Pre-iPhone und im Early Access wollen sie im Laufe dieses Jahres gehen. Okay. Das finde ich ganz okay. Und bei Itchy.io, weißt du, kennst du die Plattform? Ich nur so hören. Achso. Da gibt es auch einen Launcher-Führer, kannst du auch runterladen, habe ich auch runtergeladen. Ja, ja. Ich habe ihn runtergeladen, mein Gott. Und habe ihn installiert jetzt und kann jetzt von da aus quasi Spiele. Da gibt es auch kostenlose Spiele, sonst irgendwas. Aber da kriegst du meistens die Spiele noch früher als bei Steam im Early Access, weil dort die Entwickler quasi direkt sagen. Da wird quasi getestet. Genau. Sagen dann halt eben die Entwickler direkt so hier, du kannst dann bezahlen, wenn du spielen willst. Du kannst auch mehr bezahlen, als der Preis dann nicht da ist. Du kannst auch so spenden, ne? Und ja, du kannst die Leute da anschreiben und mal fragen, darf ich aufnehmen und so. Das geht alles. Also kommst du dann auch mit den Entwicklern dort in Kontakt. Das finde ich eigentlich ganz okay. Ich habe mich auch bei Keymailer, das muss ich ja jetzt auch mal, ich habe mich auch bei Keymailer angemeldet. Ah, das sieht aber sehr huppelig aus, wie du da rauskommst. Ja. Das ist so eine Seite, wo man sich eintragen kann in Richtung, dass man ganz gerne mal Keys von Publishern und Programmierern bekommen möchte als Content Creator. Ich meine, da kann sich, glaube ich, jede Sau kann sich da anmelden. Also musst du nicht Content Creator zu sein. Sau ist jetzt auch ein falsches Ausdruck dafür, ne? Aber egal. Hat er gesagt. Und da kannst du dann halt eben sagen, so, hallo hier, das ist mein YouTube-Kanal, das ist mein Twitch-Kanal. Ähm, und ich bin über einen Podcaster draufgekommen von Hirnsturz. Der hat darüber erzählt, äh, mit einem Entwickler zusammen. Und, ja, da sind wir, da bin ich dann da draufgekommen und habe mich da mal angemeldet. Und, naja, ich habe jetzt auch gesagt, so, ich hätte ganz gerne Keys, also drei Spiele habe ich mich angemeldet, wo ich gerne Keys haben möchte. Mal gucken, ob das klappt oder nicht klappt. Pending. Das eine ist, äh, Automatschef, also Automatscheef. Ne? Da habe ich mich angemeldet, dann habe ich noch irgendwas gefunden, wo du auch eine Schule bauen sollst. Was jetzt demnächst rauskommen soll. Und, äh, weiß ich gar nicht, das dritte weiß ich gar nicht mehr aus dem Kopf, was das war. Ja, da, so, wie, 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 was? Was ist denn hier alles abgemäht? Ach, das ist unser ganzes Grundstück. habe ich gemäht. Wie viel ist denn eigentlich schon drinne da in dem Bunker jetzt, wenn du da durchfährst? Siehst du das? Da stecken glaube ich. Müssten wir jetzt so um die 60.000. Kölnstern 90.000. 90.000 ist schon drinne. Und verdichtet 30%. Ja gut, naja, da bist du jetzt dabei mit dem Verdichten. Ich habe was Interessantes über den Epic Launcher gelesen. Ach ja. Manche Spiele verwenden ja dieses Easy-Anti-Cheat. Ja. Habe ich auch mal irgendwo gehört. Und zum Beispiel wie hat das geheißen? Ghost Recon Wildlands. Ja. Easy-Anti-Cheat läuft aber nicht auf Linux. Ja, das ist ja schade. Und Steam hat sich mit Easy-Anti-Cheat zusammengetan und wollten gemeinsam halt Linux sofort machen, damit die Spiele halt auf Steam die Easy-Anti-Cheat haben auch unter Linux spielbar sind. Ja. So. Dann ist Epic dahergekommen und hat Easy-Anti-Cheat aufgekauft. Ach ja. Hat die Kooperation eingestellt und den Fehlerhaften, also den Development Linux Easy-Anti-Cheat-Client eingestopft. Ach ja. Ja. Und sie haben auch ihr Rocket League gekauft. Ja. Und da gibt es einen offiziellen Linux-Client und da soll wohl auch der Support eingestellt werden dafür. Obwohl es halt offiziell ein Linux-Client gibt und es Spieler gibt, die das explizit auf Linux gekauft haben. Aber ist jetzt Rocket League exklusiv Epic? Ist das nicht mehr auf Steam zu spielen? Nein, nein. Kannst du auf Steam nur noch spielen oder nicht? Ja, aber wenn der Linux-Support weg ist, kannst du so auch nicht auf Steam mit Linux spielen. Ah ja, okay. Also vielleicht schon mit Emulation und so weiter, aber halt nicht nativ. Ah ja. Also Epic macht sich keine Freunde so richtig in der Spielszene, finde ich. Es kann auch gefährlich sein, die ganze Linux-Community gegen sich. Ich meine, die sind jetzt nicht so riesig, aber also Epic muss ich sagen, macht sich wenig Freunde. Also die glaube, die sind so ein bisschen Erfolgstrunken von Fortnite irgendwie, dass sie da irgendwas gefunden haben, wo sie die ganzen Kiddies ausnehmen können. Muss man ja ehrlich so sagen. Also dieses ganze Skin gekauft. Ja klar, also das ist ja fürchterlich, finde ich. Ich meine, da muss ich auch sagen, da geht mir Armored Warfare mittlerweile auch tierisch auf den Keks mit, weil sie patchen, patchen irgendeinen Scheiß. Da hast du wieder alte Fehler drin, aber es gibt andauernd irgendwas Neues, was du kaufen kannst. Neue Skins, neue Dies, neue Dies, man bringt ja erstmal Spiele in Ordnung. Dann sind die Leute doch bereit, mehr zu bezahlen, aber egal. Verstehen die Leute wahrscheinlich nicht. Und bei Epic sehe ich jetzt momentan das so ein bisschen so laufen, dass sie mit Macht versuchen, Steam irgendwie zu schädigen und aus dem Markt zu kriegen. Ich glaube, Steam werden sie nicht aus dem Markt kriegen. Ja, aber sie versuchen es. Ja. Mit, mit, äh, ganz schön, ganz schön, äh, harten Bandagen auch. Meiner Meinung nach ist Steam ein bisschen zu wenig aggressiv. Die, die lassen sich, ja, die lassen das einfach gewähren erstmal. Weißt du nicht, vielleicht haben die da auch schon irgendwas in der Hinterhand und sagen sich, so kommen, lass mal rein. Ja. Oder so. Ja, naja, das ist schon. Ja, aber, meine Hoffnung, dass Satisfactory dann für Linux kommt, ist, ja, die ist durch. Das kannst du vergessen, ja. Aber warum wolltest du Satisfactory auf Linux spielen? Aber ich muss auch sagen, Satisfactory bloß ist so, ich muss sagen, ähm, Windows nervt mich immer mehr. Es ist einfach, ja gut. Es ist, geht immer mehr kaputt nach Updates. Ja gut. Aber das wird man als Microsoft-User doch eigentlich gewohnt. Ja, aber ich will es nicht mehr. So, ich komme mal mit einer neuen Fuhre. Oh, hast du schon schön flachgefahren. Du solltest halt von der Seite reinfahren. Von deiner Seite? Ja. Rückwärts dann reinschieben oder kann ich durchfahren? Da kann ich durchfahren. Ich mache dann noch den einen Hügel ein bisschen flacher. Ich kann ja auch rückwärts durchfahren. So ist es nicht. Ja, also du kannst es ja nach hinten hochstapeln, dass wir dann immer bloß den Hänger rückwärts reinschieben. Das ist kein Problem. Okay. Na, irgendwie geht da die eine Lücke wird da nicht gefüllt. Ja, da ist irgendein Wack. Das habe ich schon mal gehabt. Ich habe mich auch schon gewundert, warum ich da absolut nichts rein kriege. Aber dann befüllst du es. Also du kannst es ja auch von der Seite so hochstapeln, alles. Ja, dann stapel ich es hier hoch. Also hier kommt quasi die Rückseite, wo ich bin. Ja. Ich drücke den jetzt einfach hier rückwärts rein in den Wagen. und dann schmeiße ich dir das dann schon alles da hinten einfach hoch hin. Warte. Lass mich mal noch kommen. Warte, 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 ich komme, ich komme, ich komme. So. Dann lade ich jetzt einfach hier komplett aus. Jo. Kann das übergefüllt werden, also dass es zu hoch ist? Das weiß ich nicht. Das werden wir sehen. Ich glaube nicht. Ich glaube, es hat eine maximale Höhe beim Befüllen. fahre vielleicht ein Stück vor. Wie viel kann man da maximal eigentlich ein Spiel? Keine Ahnung. Ich gehe jetzt mal von einer Million aus, wenn ich das sehe. Das sind ja jetzt knapp über 100.000, die da hast. 110.000 oder so. Ja, 114.000. Ja. Gehe ich mal davon aus, dass da eine gute Million reingeht oder eine halbe. Microsoft hat ja vor kurzem auch die Gold- und Silber-Partner verärgert, weil die kriegen ja günstigere Lizenzen und irgendwie Gratislizenzen und so weiter. Ja, das geht auch nicht mehr, ne? Und sie haben so gesagt, nein, das geht jetzt nicht mehr. Dann haben sich sehr, sehr viele Partner aufgeregt. Ja. Weil denen ja dann also diese Gold-Silber-Partnerschaft kostet ja schon ein irrsinniges Spiel. Ja. Und ja. Aber die haben sich aufgeregt und jetzt hat Microsoft mal vorerst zurückgerudert. Okay. Ja, mal gucken, was da noch so passiert an der Front. momentan ist die Technikwelt ganz schön was das angeht. Weiß ich nicht, ich find's auch affig, dieses Bekämpfen zwischen YouTube und Amazon, ne? Dieses, dass du auf Amazon- Die haben sich ja wieder geeinigt. Ja, aber kannst du, gibt's jetzt wieder eine YouTube-App auf Amazon fahren? YouTube auf Amazon und Chromecast gibt's Amazon Prime. Okay. Also die haben sie, haben quasi einen Deal jetzt gemacht. Was ich ein bisschen schade finde, dass du im Samsung-Store die Dings nicht mehr hast, die Twitch-App. Da gab's mal eine selbstprogrammierte App von einem Russen zwar, macht ja nix. Musstest du ein bisschen Grundvertrauen mitbringen, dass du die auch wirklich installierst auf deinem Fernseher, aber... Ja, aber die sollten ja eigentlich eh... Wenn sie im Store ist, sollte das eigentlich kein Problem haben. Ja, aber Samsung hat das jetzt aus dem Store rausgenommen und zwar... Nee, nicht Samsung, sondern Twitch hat das sogar verboten, dass die App ist, weil in dieser App wurde keine Werbung eingezeigt. Also die hat die Werbung quasi direkt weggeblendet. Und weil Twitch dadurch keine Werbung schalten konnte, hat Twitch die App verboten. Wow. Ja. Ja, aber selber machen sie gerne. Vielleicht hätten sie mit einem Entwickler reden können oder so, aber... Ja, vielleicht ist es aber so ein Proorist, der sagt in die Werbung, dass in meinem Code wird nie Werbung abgespielt oder so. Es kann ja durchaus sein, dass es versucht haben und er das auch von selber haltend gesagt hat, nein, das kommt mir nicht in die Tüte. Also... Ja, genau. Ich meine, das ist dann auch irgendwie... Ja, das ist so... Wenn man so für seine Ideale steht, dann... Ja, das ist gut, wenn man sich nicht verbiegt und nicht verkauft, okay. Also das würde ich auch unterstützen, würde ich sagen, okay, hat er recht, ne? Ähm... Aber da könnte sich ja der Twitch trotz dessen sagen, Mensch und Kinds, wir machen mal für die ganzen Smart-Fernseher, äh... die ja doch relativ... Naja... Vor allem Samsung ist halt schon sehr weit verbreitet. Ich glaube, es gibt zurzeit zwei große äh... Fernsehbetriebssysteme. Das ist... Oder drei. Ja. Android. Ja. Ist noch... Eher, aber eher in den USA. Das ist sehr selten, ja. WebOS. Das hast du doch... LG und... Elips, glaube ich. Äh... Und Samsung hat halt Tizen. Irgendwer anderer benutzt auch noch Tizen. Sony? Nein, LG und Sony haben WebOS. Irgendwie so. Ja, also wie gesagt, ich fände das, ähm... schön, wenn es sowas gäbe. Äh... Mein, okay, ich hab jetzt, ähm... Prime Day, der ja heute noch ist. hab ich mir jetzt noch wieder einen Fire TV Stick gekauft. Die AK. Den Stick hab ich mir besorgt, äh... Weil der... Dann kann ich die Twitch App einfach draufhauen und dann kann ich auch wieder Twitch auf den Fernseh gucken. Aber ich muss dann halt eben... Das geht halt alles dann nicht mehr mit einer Fernbedienung und das finde ich schade halt, ne? Hm. Ich muss dann, äh, die Quelle ändern. Ich kann ja nicht einfach zwischen Fernseh und Dix hin und her schalten. Das ist alles nicht so schön. Ich bin... bald letztens was auf Netflix schauen am Fernseher. Aber mein Fernseher ist ja zu alt dafür. Ähm... Aber er funktioniert noch tadellos. Das ist halt... Warum ein neun? Ja. Ähm... Ähm... Und ich hab... Ich hab total vergessen, dass ich so einen Microsoft Display Adapter hab. Und die haben jetzt die Software... Hast du hinten an den Gleisen noch was gemäht? Ja. Okay, dann muss ich noch hinschauen. Ähm... Ich hab so einen Microsoft Display Adapter und die Software in Windows 10 haben sie jetzt verbessert. Ja. Und du kannst da wirklich... Warte mal, du musst mal die Leute jetzt ein bisschen alleine unterhalten. Okay. Hierin kriegt der Postmann. Äh... quasi einen dritten Bildschirm machen. Und das ist sogar so latenzfrei, dass man Filme drüber schauen kann und angeblich auch spielen. Aber fürs Spielen ist man zu... Da ist doch ein bisschen da genug. So. Ich war mich hier schon wieder fast fest. bald haben wir das Feld auch schon verdichtet. Und was sie leider schon eingestellt haben, aber das Ding auch gut war, war das Dienenling. Damit kann man eigentlich jedes Steam-Spiel auf dem Fernseher streamen. Und... das ist sogar latenzfrei. Also zumindest überladen. Das war so eine kleine Box, die konnte man kaufen. Ja. Dann werden wir hier noch ein bisschen abtagen, damit man noch gar nichts drüber schaut. Hopp. Oh. Hallo? Komm an die Tür. Ah. So. Kommi. Dafür. Das war gerade kurz laut. Ja, das war meine Tür, die poltert ein bisschen. Ja, das war ein Knacksen eher. Also Windstoß wahrscheinlich. Ja. Ja, äh... Nee, das war dann noch für die Nachbarin war auch noch was dabei. Das habe ich gleich mit hochgenommen. Ich sag dir. Ganz schön außer Atem. Ja, ach, die hat mich jetzt eben gerade auch noch ein bisschen vorgegelaufen. Das ist so eine, die hat schon, die hat mit dem Herzen schwer, die hat schon Herzinfarkt hinter sich und äh... Herzschrittmacher und was nicht alles und die kann halt eben Treppe hoch runter ist für sie halt eben... Was ist jetzt los? Ein bisschen schwierig. Ein bisschen viel, ein bisschen schwierig und da habe ich dann gesagt, ich bring das schnell mit. Ja, das ist ja... Ich bin ja dann doch mit meinen knapp 40 Lenzen doch noch ein bisschen mobiler als eine Dame, die von 80 Jahren... Ich glaube, die ist jetzt 81 oder 82. Achso, ich dachte, du meinst die Postlerin. Nee, die Postler... Der Postler, der hat unten gewartet. Der soll nicht hochgekommen. Der Honk. Ja, keine Ahnung. Ja, die hat gesagt, ja, ich habe ja Post. Kommen Sie mal, holen Sie ab. So sind wir ein bisschen wieder mit. Also, ne? Wow. So wie die DRL-Leute halt sind, ne? Achso. Ja, bei euch ist ja das... Ja, ja. DRL. Aber bei uns hat die Post jetzt einen eigenen Service eröffnet, der alles Post heißt. Okay. Da kannst du für eine Jahresgebühr kannst du so viele Pakete und so weiter, die du normalerweise nicht über die Post bekommen würdest, über die Post bekommen. Okay. Weil halt die Paketdienste alle anderen so schlecht bei uns sind und die Post halt bei uns doch sehr zuverlässig ist. Ja. Ja, also ich möchte nicht und das ist wirklich so, ich möchte nicht beim Paketdienst arbeiten, aber das können wir in der nächsten Folge bequatschen. So, ich entschuldige mich nochmal für die längere Pause jetzt, das war ein bisschen schlecht getimt. Wir hätten unsere Zwischenpause vielleicht einfach ein bisschen später machen sollen, aber egal. Gut. Ja, aber wie hätten wir das wissen können? Ja, genau. Aber es gibt, demnächst gibt es einen Service von unserer Post, die dir die Uhrzeit sagt, wann der Postbote bei dir ist. Okay. Das wollen sie jetzt einführen. Gut, das ist was anderes. Alles klar, dann war das hier eine Folge LS19 von und mit dem Chaos und mir von Steel Game Studio. Ach ja, genau, das war es. Das habe ich vergessen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen oder ein Abo. Ich würde mich riesig drauf freuen, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss. Tschüss.